Manfred Schwieler vom Boxclub Heros und NRBV Präsident NRBV Meisterschaftshalbfinale am 5. Juli 2002 in Wesel Niederrhein-Halle Die Ringrichter Schäfer und Glaser Gregory Bartschew gegen V.A. Ferzitsi BSU Wuppertal Franz Stahlschmidt, Daniel Bartsch und Mike Stark Mike Stark, Box gegen Konstantin Miller, Faustkämpfer Mönchengladbach Mike Stark wird von Daniel Bartsch und vom Vereinstrainer Franz Stahlschmidt in der Ecke betreut Der Ringrichter Werner Schäfer erklärt Mike Stark zum Sieger Amtisch Zefset Garschi und Daniel Bartsch und rechts Franz Stahlschmidt Gregory Bartschew wird von Franz Stahlschmidt und Daniel Bartsch betreut Der Gegner von Bartschew, Vorart Ferchichi BSU Wuppertal Die Sekundanten in Aktion Der Ringrichter Werner Schäfer, siebenfacher deutscher Meister Sieger in diesem Kampf Gregory Bartschew, Sportclub Vogelheim Daniel Bartsch, Franz Stahlschmidt und Gregory Bartschew schauen sich die nächsten Kämpfe an NRBV Meisterschaftshalbfinale am 6. Juli 2002 in Kamp-Lindford, Glückaufhalle Der Gegner von Bartschew, Rami Esaid von BSU Wuppertal Ines Rosche, Gregory Bartschew und Franz Stahlschmidt warten auf den Einsatz Gregor Bartschew wird wieder frisch gemacht für die nächste Runde Der Ringrichter Peter Nimczek erklärt Gregory Bartschew zum Sieger Die drei Glücklichen Franz Stahlschmidt, Mike Stark, Gregory Bartschew und Sandro Zenker Salih Yildirim von Westende Hamburg mit Franz Stahlschmidt Salih Yildirim mit seinem Trainer Rocco Bonavita Salih Yildirim boxt Vadim D. Mienenko, Ringrichter ist Erich Dreeke Its wird wiederum J Okay, jetztこれ Bis zum nächsten Mal Wippenzie Bis zum nächsten Mal S津 Chris 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 Salih Hildrim und der Trainer Rocco Bonavita warten auf das Urteil. Der Ringrichter Erich Dreke erklärt Salih Hildrim zum Sieger. So freut sich ein Sieger.